Für nicht allzu lange Zeit war der Jung eine ganz normale Bier. Hier nicht auf eine Bank geschafft, zu gespürt, aber bei allem wird er gemerkt, wird viel Firsich und in der Tür gelöst. Eine vielbildliche Bier also, bis auf ein Klang schwächt, die hat er nicht am Griff. Witzig E-Mail und Links von Erbisch-Kollegen hier konnte er einfach nicht losgehen. Gucken, klicken, liken, sharen, hier einfach alles wird er so geschenkt. In den Stärz, wie schon so oft hier drin, kann der Jung eine Mail von seinem Kollege hängen. Das ist ein herrer Shop, am Internet entdeckt mit erstaunlichen Promos. Jung hat natürlich direkt drauf geklickt und schneller erkannt, wie viele neue Spuren kennt, vor allem bei der Christkarte für seine Familie. Die E-Mail kam, aber nicht vom Hängen an den Hänger, doch noch nie, bis an den Shop kaufen. Die E-Mail kam an den Shop war von einem Kriminellen. Der Kriminelle war nur um Geld vom Jung interessiert. Vor der Verschecke war nicht der Plan und dem Jung sein Kreditkarte zu kommen, dort war der Plan. Zuerst hat der Kunde geplant, mit Feierdicht kommen, ein Geschenk auch müssen kaufen gehen. Bei der Familie war viel für die Karte groß, weil Jung hat sich immer viel mehr gemacht, ihn nicht auch zu schenken, weil sich Friedrich frei, sein Begabte-Bauf, ansehen, durch das ich gewünscht habe. Aber dieses Jahr kam alles ähnlich, Jung hat ihn mit kleinen Karten gemacht, viel mit kleinen Karten. Verstehst du mich bloß aus, an der Stimmung war am Keller. Besser gesagt, Jung hat nur nicht am Keller verbracht, an der Moral der Geschichte, clever klicken am Internet. Be Secure wünscht dir schön Feierdicht! 3. 6. 6. 5. 5. 7. 8. 6. 8. 8. 9. 9.